Baddhahasta Adho Mukha Makarasana ist der nach unten schauende Delfin mit gefalteten Händen, das was wir bei Yoga Vidya einfach als Delfin bezeichnen. Du misst die Ellbogen ab, hast die Ellbogen etwas schulterbreit auseinander, faltest die Hände und in der statischen Variation lässt du den Kopf dann locker nach unten hängen. Die dynamische Variation von Baddhahasta Adho Mukha Makarasana hilft die Schultern und die Armmuskulatur stark zu fördern. Beim Ausatmen gehen nach vorne, beim Einatmen nach hinten, Ausatmen nach vorne, Einatmen nach hinten. Das hilft ja zum einen Schultermuskeln und Armmuskeln zum starken und zum anderen auch unterschiedliche Gleichgewichte zu letztlich deinem Nervensystem, deinem Gehirn und damit auch dem Geist zu vermitteln, sodass es später leichter ist, Kopfstand wie auch Skorpion zu üben. Noch etwas anstrengender wird es, wenn du probierst, die Füße ganz nah zu den Ellbogen zu geben, so weit wie du kannst und dann beim Ausatmen nach vorne und die Nase fast auf den Boden geben und beim Einatmen nicht ganz nach oben zu kommen. Und so stärkst du die Muskeln, um Skorpion und Kopfstand gut üben zu können. Nach Baddhahasta Adho Mukha Makarasana komme zur Stellung des Kindes und entspanne in der Stellung des Kindes. Übrigens ein kleiner Tipp, gerade wenn du diese Übung anstrengend machst, dann versuche den Kopfstand vorher und nicht nachher. Die Stellung kann bei Anfängern die Arme etwas ermüden. Wenn du also beide Übungen machen willst, dann übe erst den Kopfstand und dann den dynamischen Delfin. In einer Yogastunde sagen wir zwar relativ häufig erst den dynamischen Delfin an, sodass auch die Anfänger zunächst etwas machen können, wenn du für dich selbst den Kopfstand üben willst, übe ihn besser vorher.